Ja, herzlich willkommen und guten Morgen. Schön, dass wir hier sind bei unserem Netzwerk Mittwoch und schön, dass Sie und ihr alle Zeit habt. Es ist ein neues Format des AGV, unsere zweite Runde, die wir heute machen. Und das Ziel ist ja ganz bewusst, keinen riesigen Raum zu haben, in dem ganz, ganz viele Gesichter sind, sondern das durchaus zu begrenzen in einer kleinen Runde, damit wir die Gelegenheit haben, mit unserem Gast auch ins Gespräch zu kommen. Ihr und Sie müsst trotzdem ertragen, dass ich die erste halbe Stunde mit unserem Gast ins Gespräch komme und hoffentlich auch in Ihrem und eurem Sinne die wichtigsten Fragen versuche schon mal vorab zu klären. Und die zweite halbe Stunde gehört dann ganz der Runde mit Fragen an unseren heutigen Gast. Und den will ich jetzt als allererstes begrüßen. Wir freuen uns, dass du bei uns bist, Henry Kaiser. Du bist, ich... Moin. Moin. Man merkt schon, du hast norddeutsche Bezüge und du bist Sales-Chef-Commercial für Dach, Benelux und die Nordics von Zoom. Genau. Und deswegen fühlen wir uns vom AGV-Team heute unter ganz besonderem Druck, dass diese Zoom-Session auch ordentlich funktioniert. Aber wer dich kennt, weiß, du bist da ganz locker und hast uns auch schon den einen oder anderen Tipp gegeben, wie man Zoom-Sessions vielleicht noch attraktiver gestalten kann. Und deswegen, das sei vorab gesagt, haben Sie und habt ihr alle die Gelegenheit, gerade im zweiten Teil vielleicht auch noch von dir so ein paar Insights zu erfahren, wie man Zoom im besten Fall nutzt. So, du sitzt normalerweise, Henry, in Amsterdam. Da habt ihr euer Headquarter. Genau. Du sitzt, glaube ich, gerade aber bei uns in der Region. Und wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, die Welt ist klein. Wir beide waren mal fast zeitgleich zusammen bei der NordLB. Du hast familiäre Beziehungen hier in unserer Region und einen, wie ich finde, bunten und tollen Lebenslauf. Und bevor ich Falsches sage, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen? Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass das alles so gut klappt hier. Ja, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich komme ursprünglich geboren in Hannover, dort auch aufgewachsen und bin so ein Überzeugungstäter und habe immer meinen eigenen Weg gesucht. Nach der Schule ein BWL-Studium. Das klingt jetzt für die meisten Leute wahrscheinlich so. Ja, ist ja klar, macht man ja auch. Ich komme aber aus einer Künstlerfamilie und Arztfamilie. Da war das eher so das schwarze Schaf. Man hätte ja auch irgendwie Schauspieler werden können oder sowas. Und habe da halt das mit Leidenschaft immer verfolgt und bin irgendwie über Umwege zum Handelsmarketing gekommen. Dachte zuerst, Marketing, das klingt toll, bunte Bilder, alles spannend. Am Ende war es das gar nicht. Es ging um Vertriebsmechanik, Vertriebssteuerung, um diese Themen und habe da einen großen Spaß dran gefunden und mich da irgendwie wiedergefunden. Und da ich Überzeugungstäter bin und hatte viel mit Mittelständlern zu tun, habe ich relativ schnell gemerkt, dass die alles was konnten und ich irgendwie nett reden, gut kommunizieren. Aber die hatten irgendwie alle was anderes noch drauf und ich wollte irgendwie nochmal ein Handwerk lernen. Und habe dann gesagt, okay, ich bewerbe mich mal für ein Masterstudium und zur selben Zeit für eine Kochausbildung. Ich habe für die Nobelist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier, es ist so Gastrokritiken geschrieben nebenbei. Und habe dann tatsächlich eine Stelle bekommen als Koch, als Azubi bei der NordLB in Hannover und habe dann die Ausbildung durchgezogen und habe es geliebt. Also so, wie man eine Ausbildung liebt, aber es hat mir viel gebracht und es hat großen Spaß gemacht, besonders im Hintergrund, also wenn man darüber nachdenkt, was es einem fürs Leben mitgegeben hat, war es wichtig und toll. Aber es zeigt, glaube ich, viel, was es bedeutet, was man für ein Typ ist, wenn man sagt, man geht jetzt diese Wege und man fängt an, irgendwie was Neues zu schaffen und irgendwie sich auf diesen Weg zu geben. Und bin danach im Vertrieb gelandet und mit großer Leidenschaft auch das. Hab dort Teams aufgebaut, zuerst bei Oracle in Amsterdam, wo ich als erster Mitarbeiter vor Ort einen Standort mit aufbauen durfte. Und als dann die Möglichkeit kam, zu Zoom zu gehen, was ein Unternehmen ist, was typisch amerikanisch, ganz stark glaubenssatzmäßig getrieben ist, war es für mich dann irgendwie ein ganz natürlicher Move, da mit reinzugehen und dort einen neuen Standort mit aufzubauen und die Kultur und ein neues Unternehmen mit zu prägen. Und die Möglichkeit wollte ich mir nicht geben lassen, nehmen lassen. Ja, spannend. Also ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen mit dem bunten Lebenslauf. Und dass wir beide zusammen fast zeitgleich bei der NordLB waren, finde ich auch witzig. Aber wir haben uns damals nicht kennengelernt. Jetzt sag mal, Oracle, du warst da ja schon in einem großen Konzern unterwegs und hast dich dann trotzdem entschieden, zu Zoom zu gehen, die sich vielleicht dann doch eher wieder nach Startup anfühlten. Wie kommt das? Das waren auch die ersten, ich will nicht sagen Bedenken, aber die ersten Themen, die irgendwie aufkamen, als ich dort angesprochen wurde. Ich habe mich aber darauf eingelassen, weil ich ein paar Leute kannte, die bereits bei Zoom waren in Amerika und die gesagt haben, hör dir das mal an, da sind wirklich fitte Leute. Und ich hatte da Gespräche mit Leuten, die waren VP bei Oracle, VP bei Cisco, bei Riesenunternehmen und die gesagt haben, wir gehen hier hin und bauen was Neues auf. So und so funktioniert das, das ist der Weg, wie wir es machen. Aber wir lassen unsere Eitelkeiten jetzt erst mal vor der Tür und machen jetzt das, was das Richtige ist. Und wir bauen jetzt kleine Teams und wir sind jetzt nicht darauf, die größte Struktur zu leiten, sondern wir leben unser Mantra Delivering Happiness und wir glauben, dass wir das so halt auch unsere Kunden und alle in eine bessere virtuelle Welt in ein Kommunikationsumfeld bringen können. Und ja, das waren spannende Gespräche und inspirierende Gespräche. Und da irgendwann war es dann irgendwie klar, dass der Schalter angefahren ist. Ich habe gesagt, okay, ich muss dabei sein. Das wird ein Rocket Ship, wie man so sagt. Und so ist es dann ja im doppelten Sinne gekommen, weil ich glaube, du bist vor Corona, hast du dich entschieden, bei Zoom einzusteigen. Und ihr hattet damals, glaube ich, schon sensationelle Wachstumsraten von, ich glaube, 100 Prozent und mehr. Genau. Und dann kommt Corona und ihr zündet da den Super-Turbo. Und jetzt höre ich von einigen Mittelständlern, die auch Produkte haben, die gerade in Corona gefragt sind. Gott sei Dank gibt es ja auch ein paar, die von der Situation profitieren können. Was für Wachstumsschmerzen da auch einhergehen, wie man damit zu tun hat, auf einmal um 100 Prozent hoch zu skalieren. Und bei euch sind es im Zweifel tausend oder mehr Prozent, was da auf dich zukam. Du hast gesagt, ihr seid sehr kulturgeprägt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht so ein junges Unternehmen damit um, wenn da auf einmal ein tausendfaches Wachstum auf euch zurollt? Also wir haben, also dieser Kulturgedanke von Delivering Happiness, das klingt so amerikanisch. Am Anfang, als die Leute mir das als Deutschen, ich bin halb Engländer, aber halb Englisch, halb Deutschen, erzählt haben, habe ich immer gedacht, was meinen die eigentlich? Das ist so happy, happy, schon klar, alle klatschen amerikanisch, aber das ist es nicht. Es ist wirklich ganz fundamental, wann tut man das Richtige? Und das Richtige zu tun, ist immer das Richtige zu tun. Und auch in der Frage von Wachstum ist die Frage, was sind die Core-Kompetenzen, auf die man sich steuert? Also wir haben, wir sagen, wir haben bei uns in Amsterdam so ein genanntes Vital Few-Gedanken für die Quartale. Das heißt, alle drei Monate machen wir uns ganz klar Gedanken. Da gibt es einen Reflection Day, was wir auch den Mitarbeitern ermöglichen, wo jeder mal seinen Tag rausnehmen kann und sich wirklich darüber Gedanken macht, was sind die drei Themen, die für mich für die nächsten drei Monate die absolute Relevanz und die absolute Priorität haben, um den Fokus nicht zu verlieren und dann wirklich immer an diesen Fokusthemen zu arbeiten. Und da ganz klar immer, wenn es nicht der Fokusthema ist, kann ich es mit reinnehmen oder lasse ich es erstmal an der Seite liegen? Und es geht nicht darum, morgen perfekt zu sein. Es geht aber darum, morgen ein Prozent besser zu sein und das jeden Tag. Und diesen Kulturgedanken, den zu treiben und nach vorne zu bringen, das ist etwas, was wir ganz stark leben und auch die Leute dazu zu anhalten, zu tun. Also der Gedanke nicht zu sagen, in der Produktion ist es natürlich anders. Wenn du sagst, ich habe jetzt irgendwie, ich muss so und so viele Fahrräder produzieren in dieser Zeit, dann ist da ein anderer Mechanismus hinter. Aber wenn man halt Kultur prägt, wie wir das tun im IT-Bereich, dann sind das viele feiche Faktoren, die Produktivität geben. Und das schaffen wir, indem wir halt das Umfeld dafür schaffen, damit das möglich ist, damit auch jeder sich selbst da finden kann. Was sind das für Typen, die da jetzt bei euch anfangen? Wonach sucht ihr? Was muss ich mitbringen an Mindset, aber vielleicht auch an harten Skills, um jetzt bei Zoom einzusteigen? Wir haben natürlich auch schon vor der Pandemie das größte Glück, dass wir ein wahnsinniges Image hatten in der Branche. Also das heißt, jeder, der dort arbeitet und an den Spots, wo wir unsere Locations hatten, wusste man, wenn Zoom kommt, dass das ein kultureller Glaubenssatz ist. Da hatten wir schon Leute, die das glauben, was wir glauben, die sich beworben haben. Aber was brauchen wir? Also im Endeffekt, wenn man Teams baut, ist für uns immer die Frage, wenn man das auf eine Art von Raster packt, wie, ich sage mal, wie so ein Quadranten, auf der einen Seite, oder wie bei Gartner auf der einen Seite hat man Ability to Execute, also wo ist der Fachidiot sozusagen? Der hat keine Emotionen, aber kann perfekt den Job erfüllen. Auf der anderen Seite die Glaubensfrage, also Completeness of Vision. Wie sehr glaubt die Person das, was wir glauben? Und dann ist die Frage, wann macht es Sinn, die Leute wie in ein Team zu fügen? Und Teams sind dynamisch, besonders in dem starken Wachstum, den wir haben. Es geht nicht darum, um Hierarchie zu bauen, sondern es geht darum, um Kultur zu schaffen. Und das ist ein ganz wichtiger Mindshift, der uns auf jeden Fall hilft, das auch relativ robust durchzusetzen. Das ist ja mal das Spiel Fragilität und Robustheit von Organisationen oder von Produkten oder die Sachen, die man schafft. Wie robust ist man, um durch so eine Zeit zu kommen? Lass es uns mal praktisch machen. Ich glaube, ihr habt eure Mannschaft verdoppelt, seitdem ihr hier in Europa seid, jetzt durch Corona. Und was uns viele Unternehmen gerade sagen, ist, dass da, wo man sich kannte, das Verlegen ins Homeoffice relativ einfach möglich ist, weil man sozusagen aus dem Sozialkredit zehrt, den man vorher aufbauen konnte. Aber Onboarding-Prozesse, da kommt ein neuer Mitarbeiter, der soll die Kultur des Unternehmens kennenlernen, sind in Homeoffice-Situationen extrem schwierig. Und ihr musstet das ja auch machen und irgendwie ist es Teil eurer inneren Kultur, zu sagen, natürlich wollen wir auch Onboarding per Videokonferenz schaffen und wollen unsere Leute per Videokonferenz motivieren. Und also all die Fragen, die uns im Mittelstand gerade so schwerfallen, Videokonferenzen so zu nutzen, sind euch ja sehr inne. Vielleicht gibst du uns da mal einen Insight. Wie machst du das? Wie führst du dein Team? Wie bringst du neue Mitarbeiter an eure Kultur ran, wenn du eben nicht ständig den persönlichen Zugriff hast? Es ist die Frage, wie man mit allem umgeht. Das heißt, ja, das ist halt auch eine Kulturfrage. Also wenn man, also wie wir das zum Beispiel machen, wenn wir jetzt sagen, wir stellen Leute ein, die kommen zu uns ins Team. Wir haben einen relativ strukturierten und sehr, sehr guten Onboarding-Prozess. Da haben wir auch ein eigenes Team für, die ausschließlich das machen. Das hat vor anderthalb Jahren eine Person gemacht. Jetzt haben wir zwei dafür bei uns in Amsterdam, die für EMEA zuständig ist. Also das ist halt mehr als nur das Amsterdam-Büro. Und dort geht es halt in erster Linie darum, zu gucken, wie kriegen wir diese Kultur hin, dass die Leute verstehen, worum es geht. Und es geht halt auch immer darum, remember to have fun. Also habt auch Spaß dabei. Es geht nicht darum, nur einen Zweck zu erfüllen. Geht mit den Leuten auf dem Spaziergang, macht mal das Video aus. Das Thema ist nicht nur Videoconferencing, das Thema ist Kommunikation. Und wie schafft man es, eine gute Kommunikation aufzubauen? Weil das ist ja im Kern. Und Kommunikation ist entweder, man macht es plakativ und schmeißt irgendwas raus oder man macht irgendetwas, wie man interagieren kann, was die Menschen berührt. Und dieses Berühren von Menschen, das ist das, was wir versuchen, einfach weiterzugeben. Beispiele. Wie kann man das machen? Also wir haben, das machen viele, machen halt diese Virtual Coffee Breaks und solche Sachen. Das sind so ganz kleine Themen. Aber wenn wir bei uns oder bei mir in dem Team zum Beispiel, wir starten immer unsere Team-Meetings mit dem Leitsatz, mit unserem Glaubenssatz. Also we care for our company, our community, our teammates, our culture and ourselves. Und dann gehen wir in der Form von Breakout-Rooms, wo wir mal fünf Minuten einfach mit jemandem anders aus dem Team über andere Themen sprechen. Das heißt, wir moderieren an, was habt ihr letztes Wochenende gemacht? Und so schafft man eine persönliche Bindung dort rein. Aber die Frage ist, wie sehr öffnen sich die Leute in diesen Situationen? Das tun sie nur, wenn sie das Gefühl haben, dass es okay ist, sich zu öffnen. Das heißt, man muss auch anders greifbar sein. Und vielleicht ein Thema, was unser Founder und CEO Eric Yuan macht, was ich enorm finde, der nimmt sich jeden Monat Zeit, um mit den Newsstartern so eine Session, wie wir das jetzt machen, zu machen, um mit denen zu interagieren. Und ich meine, zur jetzigen Zeit ist es auf jeden Fall ein busy Job, den er hat. Und sich da die Zeit zu nehmen und zu sagen, I care, also ihr seid mir wichtig, ihr seid genauso wichtig wie ich für das Ganze hier und wir machen das gemeinsam und was sind die Themen, die euch interessieren und da auch mal eine Chat-Message zu schreiben und die Kommunikation einfach anzuregen, um dort zu agieren. Ich habe gesagt, du bist Vertriebschef hier in Europa, Kontinentaleuropa. Von daher ist dein tägliches Geschäft neben Kultur bilden und dein Team formen natürlich auch die Frage, wie kriege ich unser Produkt, nachdem es jetzt ohne Zweifel eine große Nachfrage gibt, aber trotzdem bei Kunden platziert. Lass uns mal den Übergang machen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie steuerst du dein Team, jetzt auch Zoom in Unternehmen zu platzieren? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da einen Masterplan, dass ihr sagt, wir haben hier eine genaue Firmenauswahl, die hat KI ausgerechnet, kommt aus den USA, du rufst jetzt da an, du rufst da an oder überlässt du das deinen Leuten selbst, wie sie sich Zielkunden erschließen? Gib uns mal ein Gefühl dafür, wie du Vertrieb steuerst. Ja, also die Frage ist im Endeffekt ja immer, wie, also wir haben, damit es jeder versteht, im Commercial-Bereich, das bedeutet für uns Mittelstand oder größere Mittelstand so bis 1000 Mitarbeiter. Das sind so das Kundensegment, was wir betreuen bei mehr in den Teams. Und da ist halt ein wahnsinniges Volumen hinter. Das heißt, man hat wirklich Abschlüsse von 80 oder was auch immer pro Abschlüsse im Monat für jemanden. Das heißt, um das zu prozessieren und das sind ja nicht kleine Abschlüsse, sondern wirklich relevante Deals, braucht man ein System im Hintergrund, damit das funktionieren kann. Und dann kann man sagen, ja, wir machen E-Mail-Marketing, wir machen Social Media, Social Selling. Am Ende verkaufen Menschen an Menschen. Und das ist die Frage, wie kriegt man das durch Technologie gehebelt? Und ich kann ja vielleicht mal was zeigen. Das ist vielleicht als, ich habe hier mal, warte mal, muss ich hier kurz den Virtual Background ausmachen. Wenn man, ich habe hier so eine kleine Kamera, nebenbei, wenn man sagt, man hat den typischen Vertriebsfunnel, wo man sagt, der Kunde kommt hier rein und am Ende hat man irgendeine Form von Umsatz, was rauskommt. Dann hat man hier Sales und man hat das klassische Marketing. Das ist ja wahrscheinlich das, worauf du ausgehst. Und wie kriegt man Marketing, wie kriegt man jetzt die Leute von hier darüber in Reihen? Und die Frage, die sich viele Leute stellen, ist, wo fängt Vertrieb an und wo hört Marketing auf? Und eine Frage, die wir uns halt immer stellen, ist im Endeffekt diese Fuzzy Line, also dieses Wackelige dazwischen. Wie kriegen wir es hin, so viel personalisiert durch IT, durch Automation hinzubekommen, ohne, dass es was ganz plakatives, langweiliges, marketingmäßig ist. Aber wie kriegen wir es dahin, unsere Mitarbeiter so zu schulen, dass sie gut mit vielen Leuten viel kommunizieren können? Und ja, das sind halt im Endeffekt die Hauptfragen, die wir dort haben, um dort und diesen Mindset zu haben und die Leute, die Mitarbeiter dahin zu bringen. Wie baust du dir eigentlich die Struktur auf, um so zu kommunizieren, kommunizieren zu können? Also wie clusterst du selber deine Kundensegmente? Wie schaffst du es selber, dir deine Interaktion aufzubauen? Und das ist wie eine Pyramide. Also wenn man sagt, man hat sozusagen unten die User, die frei sind, wir sind ja ein Freemium-Modell und oben die Kunden, die das glauben, was wir auch glauben. Also eine Unified Communications Plattform mit Video, mit Telefonie, mit Chat, mit Räumen, mit Konferenztechnik, alles was dazu gehört, um das als User Experience erlebbar zu machen und die Leute dann richtig abzuholen und da muss man halt die richtige Ansprache im Volumengeschäft aufzubauen. Und dafür, das ist wieder eine Frage der Kultur, schaffen wir es, dass die Mitarbeiter, wir nennen es immer enabled sind, aber geschult sind, auch da hinzukommen, dass sie es selbst verarbeiten können. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ist im Grundkern das, wie wir glauben, wie es funktioniert. Lass uns das ein bisschen konkreter machen. Deine Mitarbeiter, wie müssen wir uns die Freiheitsgrade vorstellen? Können die sich selber aussuchen, welche Kampagnen sie fahren, welche Themen sie in den Vordergrund stellen, wie sieht das aus oder macht ihr gemeinsam Masterplan? Wir haben Marketing und wir haben Vertrieb und die Mitarbeiter sind relativ frei drin, das selbst zu gestalten. Also wir heuern die Leute an, wo wir glauben, dass sie das auch können und wenn nicht, dann machen wir es gemeinsam. Dann schauen wir genau an, was sind die Themen, die dich begeistern, wie kriegst du einen persönlichen Touch rein? Wir sind ein amerikanisches Unternehmen, das bedeutet, wir machen es immer auf First Name Basis, aber wenn dann die E-Mail von dir auch kommt, dann musst du dich damit identifizieren können. Es bringt ja nichts, wenn wir als Marketing irgendwas rausblasten und du stehst nicht dahinter. Also was ist es, was dich interessiert? Was ist für dich relevant? Und genau, und das sind, und ich sage mal, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Das ist das, was ich vorhin meinte. Es geht darum, ein Prozent jedes Mal besser zu werden. Und so schaffen wir es eigentlich, eine relativ hohe Taktung und eine hohe Personalisierung dorthin zu bekommen. Wenn du jetzt nochmal auf eure Kundenseite guckst, du hast gesagt, Mittelständler, tausend Leute, aber auch Großunternehmen, das ist so die Zielkundschaft. Wenn ihr mit dieser Kultur, diesem Mindset auf diese Kunden zugeht, dann ist ja häufig das Vorurteil, naja, die deutschen Unternehmen sind dann im Zweifel noch nicht ganz so agil, noch nicht ganz so vom Mindset aufgestellt, wie vielleicht ein US-amerikanisches, wie ihr es seid. Erlebt ihr denn das? Merkt ihr schon, dass auch, weil du ja ein Stück weit eine europaweite Sicht hast und sicherlich auch eine weltweite, dass die deutschen Kunden da besonders schwierig sind oder sagst du, es sind im Grunde überall die gleichen Hemmschwellen, die man erstmal übergeben muss oder es kommt aus Unternehmen an, mit denen man spricht. Wie ist deine Einschätzung? Na, Märkte sind unterschiedlich. Einfach aus der Reife des Marktes her und das ist einfach, die sind unterschiedlich gewachsen. Das heißt im Kommunikationsbereich, beispielsweise im Nordics-Bereich, die sind wahnsinnig stark, was das ganze Unified Communications angeht. Das ist ja das, was wir sind. Also wir haben eine Plattform, auf dieser Plattform kann man telefonieren, man kann Chat, man kann Videoconferencing, man kann Räume machen, also ganz verschiedene Aspekte und einfach historisch gewachsen sind die Nordics dort relativ weit. Das heißt, die haben andere Herausforderungen, andere Fragen als die, die wir jetzt in Deutschland haben. In Deutschland hat immer der Gedanke oder wird es mehr gelebt, dass man sagt, ja, die ist menschlich, man muss ja sich sehen, man muss gemeinsam am Tisch sitzen, um es erlebbar zu haben und das stimmt auch. Aber es funktioniert auch anders und das ist das Wichtige. Es ist nicht, dass das eine das andere komplett ersetzt und da muss, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen ein Minds-Switch stattfinden und wird, glaube ich, auch besonders nach Corona ein Minds-Switch stattfinden. was ist denn eigentlich neu, modern und wie die Welt in Zukunft funktioniert. Und da, ja, da gibt es auf jeden Fall einen Minds-Switch, der stattfinden wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschland eine absolute Digitalisierungswüste oder sowas ist. Das würde ich jetzt nicht, auf gar keinen Fall behaupten. Aber ich glaube, da gibt es viele Punkte, die, ja, den Minds-Switch über wie funktioniert Kommunikation und was möchte ich eigentlich damit erreichen, dass sich jetzt besonders viele Leute darüber Gedanken machen. Lass uns noch mal die Gelegenheit nutzen, die letzten fünf Minuten, bevor wir in die Gruppendiskussion gehen. Wo kann es denn eigentlich hingehen? Wir sind ja immer sehr stark jetzt Corona fixiert. Wie ist die aktuelle Situation? Aber viele Leute fragen sich, glaube ich, was passiert eigentlich nach Corona? Wie verändert sich die Welt? Was bleibt? Was fällt wieder zurück? Was verändert sich radikal? Wie siehst du die Welt? Was kommt nach Corona? Also das, was ich sehe am Markt, ist, dass sich viele Leute darüber Gedanken machen, wie funktioniert eigentlich das Ganze mit Video oder mit Kommunikation als Ganzes und wofür kann ich es eigentlich einsetzen und wo brauche ich eigentlich, ja, und wo brauche ich diese menschliche Interaktion zum Beispiel. Und ich denke, dass Video, also wenn es jetzt rein Video ist, jetzt normaler geworden ist als vorher. Und der Leverage, man wird, also mein persönliches Empfinden ist, wenn der Sommer kommt und wir hoffentlich uns alle wieder sehen dürfen, werden die Leute rauslaufen und werden versuchen, sich einander zu treffen und ein normales Leben, wie wir es kannten, wieder wahrzunehmen. Aber es gibt ja auch viele Vorteile, die dadurch entstehen und entstanden sind. Und die werden klarer, glaube ich. Und deswegen denke ich, dass es in Zukunft mehr Video und Kommunikation auf dem Fall geben wird. Und wir glauben bei Zoom an eine gewisse Form von hybrider Arbeitswelt in Zukunft. Das bedeutet, die Arbeit, die zum Beispiel zu Hause oder im Coworking Space oder wo auch immer das dann ist, stattfindet, die ist privat sozusagen. Da ist die Produktivität und das Thema, wo wir Kultur schaffen für Unternehmen und das muss halt ein bisschen moderiert werden. Da muss der Rahmen dafür gesetzt werden. Das ist die gemeinsame Zeit, die wir dann im Büro verbringen und gemeinsam an verschiedenen Themen arbeiten oder mal nach der Arbeit was trinken geht oder zum Fußball geht und um diese Themen nach vorne zu bringen. Genau. So ganz grob, aber es gibt viele Formate, die wir sehen, die einfach viel besser virtuell funktionieren, weil die Wertschöpfung zum Beispiel auch anders ist, als sie vorher in Real Life funktioniert haben. Ich gebe uns noch mal zum Abschluss dieser offenen Runde ein Gefühl dafür, wo du im Moment die größten Wachstumsmärkte, die Entwicklung von Zoom siehst. Was wartet da noch auf uns? Also gibt es zum Beispiel Branchen, wo du sagst, die nutzen es eigentlich noch viel zu wenig, da können wir noch den totalen Turbo zünden, weil die noch gar nicht so richtig verstanden haben, wie man damit interagieren kann. Aber vielleicht auch noch mal in eure technische Entwicklung sagst du, pass auf, wir haben da im Köcher noch ein paar Funktionen, die sind auch noch mal sozusagen Game Changer. Ja, also wir haben zwei, ich sage mal, Pfeiler, die von der Entwicklungsseite auf jeden Fall stark werden nächstes Jahr. Und zwar ist es das einmal das Thema On Zoom. Man muss sich das so vorstellen, wir sind ja eigentlich gar keine Kommunikationsplattform für Enduser gewesen. Das heißt, wir waren eigentlich für Business to Business entwickelt worden, haben deswegen halt die Standards, die wir halt haben für die Art und Weise, wie wir kommunizieren, entwickelt und haben eigentlich eine IT-Abteilung verkauft, die das dann implementiert hat und die sich dann über die ganze Einstellung Gedanken gemacht hat. Wie wir gewachsen sind, das war so nicht unser Kerngeschäft. Das heißt aber auch, dass die viele User, die wir haben, gar keine, gar keinen Umsatz für uns machen. Das heißt, die nutzen unsere Produkte und sind glücklich, dass sie so kommunizieren können. Und besonders im Kleinkundenbereich und im Bereich von, ich sage jetzt mal, die Klassiker, die man immer wieder hört, ist ein Yoga-Studio, aber auch eine Nachhilfelehrerin, die sagt, ich mache jetzt mal Nachhilfe über Zoom. Und dafür gibt es dann so ein Portal wie OnZoom, was eine Monetisierungsstrategie dahinter hat, wo man halt einfach sagen kann, ich lade euch ein, kostet 10 Euro, bist bei mir im Zoom-Meeting mit drin und so haben wir halt die Form einer Plattform für Endkonsumenten, die sich dort halt entweder am Yoga-Training teilnehmen können oder eine 1-zu-1-Session mit dem Nachhilfelehrer haben können. Und das ist eine ganz neue Form von Entwicklungen, die wir gehen. Das ist der Endkundenbereich. Dann haben wir noch das ganze Thema Kollaboration. Wir sind ja eine Kommunikationsplattform, aber das Thema Kollaboration, das heißt, ihr werdet, oder vielleicht wissen es viele, wenn man zum Beispiel bei LinkedIn ist, dann kann man halt startet Video-Meeting, dann hat man ein Zoom-Plugin oder direkt in seinem Sales-Force drin. Das sind halt Apps, die, wo wir als Plugin funktionieren. Und wir werden im Laufe des nächsten Jahres das ganze Thema Zoom-Apps haben, das heißt, Applikationen, die für Zoom innerhalb von Zoom funktionieren. Und das wird auch noch mal das Thema Kollaboration noch mal ganz stark nach vorne bringen. Genau, das sind sozusagen die zwei Themen, die von der Unternehmensseite und Entwicklungsseite dort stark gefördert werden und kommen werden. Okay, spannend. Also es lohnt sich, Zoom im Blick zu behalten und es warten viele neue Tools und ich mache an dieser Stelle einen Break, sage danke fürs Zuschauen an alle, die es sich im Real Life angucken. und ich mache an die Anzahl an alle, die es sich im Real Life angucken und ich mache an die Anzahl an alle, die es sich im Real Life angucken und ich mache an die